Für Thiem. Ja, noch einer für die Galerie und auch von Dominik Thiem. Da ist jetzt ein sehenswerter Abschluss noch gelungen. 6 zu 2 gewinnt Dominik Thiem den zweiten Satz. Gewinnt 6 zu 1, 6 zu 2. Das war ein spektakulärer Abschluss. Und ein gelungenes Comeback für Dominik Thiem, der sehr zurückhaltend war vor dem Spiel. Er hat gemeint, ich werde ja vielleicht die ein oder andere Partie hier hoffentlich nicht verlieren. Aber genießen wir noch einmal diese Einlage. Ein doppelter Twinner. Mit dem Lächeln auf den Lippen. Aber man sieht halt einfach auch, sie haben einen Spaß dran. Es geht schon ernst zur Sache und trotzdem, sie haben Spaß am Platz. Sie sind froh, dass wir da spielen dürfen. Und zwischendurch ein bisschen ein Kunststück. Macht Spaß. Ja, schon zuerst hat Lukas Midler hier vorgelegt. Und die Antwort dann von Dominik Thiem. Sehenswerter letzter Punkt. Ja, und wie gesagt, Lukas Midler, der hat hier heute sicher keinen Sieg eingeplant gegen Dominik Thiem. Aber ganz anders wird es dann aussehen in seinen nächsten beiden Partien gegen David Pichler und Sandro Kopp. Sandro Kopp, morgen der Gegner von Dominik Thiem. Wieder live zu sehen bei ServusTV. Ja, es gibt kein Shakehands in Zeiten wie diesen. Da müssen die Schläger herhalten. 6-1, 6-2. Die... Die...